Mh Bist du uns sehr sicher? Dumm, dumm, dumm Aber du spielst das dann noch mit mir, nicht dass du dann irgendwie so viel Bock mehr hast oder so Na, ne, ich spiel schon Nee, du spielst schon! Oh, ne, ich... Nö, hab ich gewonnen, Spaß Nee... Ja, okay, ich bin jetzt für dich Tschüssi Ich gebe dir 5 Minuten, dann kommt er zurück Hehehehe Befalt Sezen Zerspelt Ah Zerspelt Ressourcenposition erobert. Lassi die Beratung meine Leute er hat wollen wenn ich jetzt in der Lüste die Gäste denn jetzt auch wer hat eigentlich ich wusste dass du gleich kommst deshalb habe ich auch gewartet in fünf Jahren er ist muss ein bisschen nahm Nr Naja, ja, 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 weil... ... euer Ding jetzt noch nicht... Was? Ja, warte, bisschen Aufnahme. Warum? Was nimmst du denn auf? Was jetzt? Äh, wie, jetzt wann? Ich was... Warum? Ich weiß... Riecht doch stumm oder so ein Scheiß? Wer jetzt? Wenn ich du... So, damn. Er soll stumm oder so ein Scheiß machen oder sich selber machen. Kannst du auf die Supply, ähm... Supply, ähm, Box, up here on the left side, all the way north, uh, west? Wie geht's hier? Nee, oder? Ich muss mich schweißen, nee. Ja, ey, besucht mein Channel, xxwertxx5. Ja, besucht mein Channel, der noch ab. North, west, 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 all the way to the west, left side. Ich mach geile Videos, so und so. Gebäude wird angegriffen. Ach du... Und das lohnt sich echt jetzt, wenn ich mir das jetzt holen, Arne? Ja, dann los. Äh, ich weiß, ich werde alle los zocken. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich werde sie zocken. Und, ähm... Wie, also du spielst es denn auch so wirklich so durchgehend nicht, dass du dann irgendwie so... ...so ne kleine Pussy bist und dann so einfach so wegrennst und sagst... ...Mama, der macht da was. Spaß, das war schon ausgedacht grad. Ähm, ja okay, ich bin jetzt wirklich weg. Oder ne, ich weiß nicht. Ich muss doch halt warten, bis... ...dingens fertig ist. Okay, ne? Ja. So lange weiß ich nicht, was ich... Alter, warum bist du irgendwie zu faul, um alleine kurz zur Tankstelle zu fahren und dann... ...50, 70, 80... Nee, ja, das ist ja halt Geldspende. Die Geldspende. Mhm. Dann will sie noch nebenbei tanken gehen. Ja, doch, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber wär das eigentlich... ...äh... ...okay, wenn ich mir das vielleicht auch so, ähm... ...halt im Laden hole, dann muss ich doch nicht dieses... äh, dieses lange, äh, Downloaden machen. Oder es lange installieren. Also, so wie ich das verstanden hab, installiert das Spiel auch extrem lang. Wie lang? Wöse mal. Gebäude sind angegriffen. Keine Ahnung. Stunde? Alter, ist doch egal. Äh... Ich weiß, es ist, äh, kürzer als das Downloaden ist, aber... Ja, guck! Wie, ich... Es ist trotzdem lang, schätze ich mal, ne? Ich weiß nicht genau, wie langer, weil es sollte eigentlich lange sein. Egal, ich... ich... kaufe mir das... ...im Internet... ...billiger... ...und... ...per Premium und so. Gebäude wird angegriffen. Und nun mal die ganzen Addons und so. Ja, dann habe ich den Vorteil, dass ich die ganzen Addons habe, dass ich alle geil durchzocken. Aber meine Frage ist, lohnt sich wirklich diese Addons? Lohnt sich das? Das weiß ich noch nicht, dass noch nicht alle Addons... ...geöffentlicht wurden. Äh... Die bis jetzt? Ich möchte eigentlich nur... ...drei Addons haben, die anderen zwei sind eigentlich gar egal. Warum holst du sie dir dann? Ich spare 10 Euro. Oh, jetzt habe ich gesabbert. Das Gebäude wird angegriffen. Ja, ich komm! Ja, ich bin jetzt auf K, ne? Mhm. Ja, und ich habe nicht gesabbert, das war noch Spaß, ne? Also... Ja, egal, ich bin jetzt auf K. Jo, ihr habt gesabbert, besucht meinen Kanal. X, X, Blatt, X, X, 5. Ähm, was will ich denn jetzt? Gewonnen. Jo, ihr habt gebraucht. Wenn ihr Power in the left side, quickly... Shit. Gebäude wird angegriffen. Ähm... Okay, ich gebe dir noch weg. Schon wieder in Dressel. Bis später. Commander, we need another supply box on the left north side. Another supply on the left north side. North left side, please. Supply supply.